Willkommen bei Fast Forward Science, dem Wettbewerb für Wissenschaftsvideos. Rund 90 Videos machen mit und ihre Online-Bewertung hat bereits begonnen. Wie die funktioniert? Während des kompletten Septembers zählen wir hier auf YouTube jedes mag ich und jeden positiven Kommentar zu den eingereichten Videos. In Summe ergeben diese Bewertungen dann die Beliebtheit des Videos und die fließt als eines von vier Kriterien in die Gesamtbewertung mit ein. Und ganz genau, in der Nacht der Bewerbungsfrist saßen wir wirklich bis frühmorgens an unseren Computern und haben den aktuellen Beliebtheitsstand bei den Videos dokumentiert. Alle eingereichten Videos findet ihr hier im Kanal. Sie sind sortiert in Playlists nach den Kategorien, in die sie eingereicht wurden. Das heißt Next für Videos, die von Nachwuchswissenschaftlern produziert wurden, Pro für Videos von Forschern und Kommunikation für Videos von Wissenschaftskommunikatoren. Dann gibt es noch die Zusatzkategorie Kontrovers für Videos mit kontroversen Themen. Jetzt aber nutzt die Gunst der Stunde, um mit eurem Daumen hoch oder Kommentar die Gewinnchancen eures Favoriten zu erhöhen. Und klar, alle die mitgemacht haben, sind natürlich auch brennend an eurem generellen Feedback interessiert, sei es jetzt positiv oder negativ. Und noch ein ganz kleiner Hinweis für alle diejenigen unter euch, die YouTube gerade jetzt erst für sich entdecken, zum Kommentieren und Marktlich verteilen müsst ihr auf YouTube eingeloggt sein. Also, viel Spaß beim Sichten und Bewerten. Tschüss!